Oh mein Gott, Freunde, im heutigen Video macht ihr mein allererster Stadion-Floh. Wir sind hier kurz vor dem Wiener Stadion. Zwischen dem Spiel Werder Bremen gegen den HSV-O1. Also danke, ich bin ganz entspannt. Moin Leute, heil und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Lasst mir mal ein Like da, abonniert auch gerne kostenlos meinen Kanal, aktiviert die kleine Glocke und schreibt mir da. Wir sind hier im kurz vor dem Wiener Stadion auf dem Parkplatz. Ich habe mich entschieden, den ersten Teil im Dings zu sehen, im Auto. Ja, also Freunde, lasst unbedingt ein Like da. Ich bin noch im Parkplatz, im Auto. Ja, Freunde, wir sehen uns gleich, wenn der HSV und Werder Bremen sich aufwärmen. Let's go. Vorher noch eine Info, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ja, Freunde, wenn ihr Stadion-Vlogs öfters sehen wollt, lasst ein Like da. Ja, ich zeig euch immer wieder Ausschnitte und so weiter. Wird ganz geil, also lasst ein Like da. Ja, fängt mal rein. Und hier diesen kleinen Hardhouse. Ja, wir sind nochmal ein Like da. So Freunde, hier nochmal näher an Garnas zu gehen. Hier sehen wir auch nochmal die Werder-Leute und hier mein Lieblings-Penal. Hier sehen wir auch nochmal die Werder-Leute. 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 Hier sehen wir auch. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.